Ja moin, Mahlzeit, Hannes Klessi hier, Comiczeichner und ich wollte mal ein Zwischenupdate geben und zwar meine Kampagne für Stunschild 8 ist ja beendet und die Unterstützer und Unterstützerinnen sollten jetzt eigentlich auch ihre Belohnung erhalten haben. Ich muss noch ein, zwei größere Pakete fertig machen, aber ansonsten habe ich jetzt erstmal alles verschickt und das ist für mich immer ein Hardcore Graus. Klar, ich freue mich über jeden Unterstützer, Unterstützerin, aber ich habe hier dann eben in meinem Büro da ein riesen Packen liegen von Comics und später dann von Paketen und hast du nicht gesehen. Naja, und ich bin eh schon nicht der allerordentlichste Mensch der Welt, was mein Arbeitszimmer angeht, wie man vielleicht hier hinter mir ahnen kann. Genau, aber hier nochmal, also darum ging es, Starchite 8 und wer es nicht mitbekommen hat, hier ist übrigens nochmal das Variantcover, ja, wer es noch nicht mitbekommen hat. Das Ganze ist eben halt, logischerweise das achte Helf, wer hätte es gedacht, aber eben auch der Abschluss dieses ganzen Starchite Runs, so möchte ich nennen, den ich eben in den letzten Jahren produziert habe, ja, über Crowdfunding mit eurer Hilfe. Und das ganze Ding ist jetzt vorbei, ja, ich bin da auch immer ein bisschen nostalgisch und, ja, weiß nicht, löst auch einiges in einem aus, denke ich, wenn, also auf jeden Fall ich in mir, wenn ich eben halt mal darüber nachdenke, wie viel Zeit ich eben damit verbracht habe, wie viel Arbeit ich da reingesteckt habe und wie viele emotionale Momente ich auch damit verbunden habe, weil so ein Crowdfunding zum Beispiel, boah, das kostet mich jedes Mal irgendwie nerven, einfach die eigene Erwartungshaltung und so weiter. Genau, ja, und noch ganz wichtig, im Endeffekt ist es ja so, das hier war der erste Hardcover-Band, den ich jetzt zum vierten Starchite Heft parallel rausgebracht habe, wo daneben eins bis vier drinne war, ja, das Ganze schön in Dita 4, ein bisschen edler und, genau, ein paar Extras und so weiter. Hardcover war ich sehr stolz drauf und der war dann auch schon vergriffen, ja, und jetzt hatten aber eben zu dieser Kampagne dann eben manche Dinge auch bestellt, also habe ich ja eben nachdrucken lassen und es gab eben parallel diesmal dann den zweiten Hardcover-Sammelwand, sieht doch ein bisschen dunkel aus. Und da sind dann eben die Hälfte eins, Quatsch, eins bis vier sind im ersten und fünf bis acht sind im zweiten, so. Ja, das heißt also, wer eben mehr auf Hardcover im Regal steht, so wie ich mit den Jahren immer mehr, ja, der kann dann eben halt sich diese beiden Dinger holen, Starchite 1, Sammelwand 1 und Starchite Sammelwand 2 und hat dann eben diesen ganzen Run, super, ja, das schreit doch nach, ja, Regalfüllung und wer da also Bock drauf hat, kann mich anschreiben oder, ja, ja, The Next Art, das ist eins der Pakete, was ich noch verschicken muss, der Verlag, also, vielleicht mich anschreiben, ne, ähm, erstmal und, genau, das, ihr merkt schon, ja, das ist eine große, positive Last, die mir da eben von den Schultern fällt. Ja, wie geht's weiter? Also erstmal, ich muss hier Hardware-mäßig so ein bisschen aufrüsten, ja, ähm, ich würde gerne tatsächlich mehr machen, mehr online sein, ähm, live zeichnen und wer da Bock hat, kann mir dann eben zuschauen, ähm, live zeichnen, auch an meinem nächsten Projekt, worüber ich gleich reden möchte, ähm, aber ich muss da erstmal ein bisschen aufrüsten, ja, ähm, genau, also deswegen, äh, das wird noch, ja, ein, zwei, drei Wochen dauern oder sowas, ja, ich fahre noch mal eine Woche und oder auch, ähm, genau, genau, und dann, ähm, ist das hoffentlich abgegradet und dann, ja, werde ich, äh, da versuchen müssen, regelmäßiger, ähm, live zu sein, Content zu liefern, ähm, weil mein nächstes Projekt, zu dem ich jetzt komme, da will ich eben halt auch, ähm, ähm, diejenigen, die Bock drauf haben, ein bisschen mehr daran teilhaben lassen und, ähm, ich kann euch verkünden, also erstens, sind schon mal kleine Hintzen, hier, ähm, bei den Extras im zweiten Sammelwand, ja, ähm, und ja, es wird auch ein bisschen was mit dem, ähm, ähm, ersten Run zu tun haben, ja, der erste Run ist abgeschlossen, ne, aber, ja, es wird ein bisschen darauf aufbauen, es wird ein bisschen, ähm, in der Zukunft spielen und so, genau, und wer den, ähm, ähm, wer dann in Star Trek gelesen hat, vielleicht hat ja der eine oder andere schon Verdacht, in welche Richtung es geht, ähm, könnte ich auch gerne anschreiben oder, ähm, ähm, ja, schreibt mich an, ähm, ähm, generell, wer es hat, ähm, kann ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wer es schon hat und, ähm, wie es ihm gefallen hat, und, ähm, das Nachfolgeprojekt, genau, ich hab tatsächlich schon, ähm, auch das werde ich so ungefähr wieder im US-Format, denke ich, produzieren, und ich hab tatsächlich schon das erste, ähm, nachfolgeheft, also quasi das erste Kapitel wieder, ähm, komplett fertig gezeichnet, eine, äh, zwei Seiten fehlen noch, aber es hat mehr Seiten als üblich, ähm, und tatsächlich bin ich heute mit dem zweiten Kapitel schon beschäftigt gewesen, ja, und hat da eben auch schon, ähm, eine Seite heute fertig gemacht, die mir selber, ehrlich gesagt, gut gefällt, ja, wo, ähm, einfach auch eine, ähm, interessante Optik drauf ist, ja, und da hatte ich heute Bock drauf, ähm, genau, also deswegen, äh, ich würde mich freuen, wenn ihr, ähm, weiterhin, äh, Bock drauf habt auf Star Trek, ich würde mich freuen, wenn, ähm, noch neue dazukommen, ja, wenn ihr mal reinschnuppert, ähm, wenn ihr mir eben hier folgt, oder sonst wo, auf Social Media, und, ähm, genau, schreibt mal in die Kommentare, ähm, ob ihr Star Trek schon kennt, oder, ähm, ob ihr neugierig darauf seid, und, ähm, ja, was, äh, was ich sonst hier irgendwie auf YouTube oder so noch liefern kann für euch, ne, alles klar, dann, äh, wünsche ich euch ein schönes Wochenende, oder einen schönen Tag, wann, äh, wenn ihr es hier auch seht, bis denn dann, tschüss! Ah ja, und was es übrigens noch, ähm, wichtiges zu sagen gibt, ähm, wir haben jetzt, äh, heute, Ende März 24.03. gerade, wenn ich das aufnehme, und, ähm, Mitte April, ähm, 16.04., da bin ich in Berlin auf der Comic-Messe, und würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn da irgendwie ein paar Leute aus Berlin, äh, vorbeischauen, und werde natürlich auch Star Trek halt am Start haben, ja, ähm, oder eben auch was für euch zeichnen, wenn ihr Bock drauf habt, ähm, genau, das wäre sowieso mal wieder Zeit, um das was, äh, auf Papier zu zeichnen, ähm, ja, also, deswegen, ja, würde mich freuen, ähm, ein paar von euch, äh, persönlich zu treffen, und ich weiß auf jeden Fall, dass ein paar von meinen riesigen Unterstützern, ähm, aus Berlin kommen, ähm, ja, das wäre cool, und, äh, sowieso versuche ich eben jetzt, äh, nach und nach noch mehr Messen wahrzunehmen, ich habe ja letztes Jahr, ähm, äh, äh, kurz nach meinem, äh, Unfall, das, äh, ähm, ja, zum ersten Mal wahrgenommen, war natürlich sau anstrengend, körperlich, aber trotzdem viel Spaß gebracht, ähm, nette Leute kennengelernt, nette Kollegen kennengelernt, ähm, und, äh, generell einfach Messen, ja, habe ich eben lange nicht mehr in meinem, ähm, ähm, auch in meiner Freizeit nicht mehr irgendwie genutzt, oder auch beruflich, ähm, jetzt irgendwie nicht mehr so häufig, äh, die Gelegenheit gehabt, ähm, und, genau, und das möchte ich jetzt eben im Comic-Bereich regelmäßiger wahrnehmen, ähm, dieses Mal, dieses Jahr, äh, passen da leider gar nicht so viele Termine, aber Stuttgart habe ich jetzt den Kollegen von der Next Art schon auch schon zugesagt, das ist Ende des Jahres, und ich denke mal, 2024, äh, werde ich dann versuchen, richtig durchzustarten, was das angeht, weil dann dann echt auf jeden Fall ein paar interessante Termine, die ich dann auch versuche, frühzeitiger eben einzuplanen, ne, das sei noch gesagt, jetzt aber einen schönen Tag und so weiter und so fort, ciao, ciao.